Servus hier bei Anka TV, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir stellen uns heute der Frage, ist dieser Film nur ein Abklatsch von diesem Film? Wenn auch du immer auf der Suche nach guten Horrorfilmen bist, dann abonniere jetzt noch diesen Kanal, zurücklehnen und los geht's! Zuerst möchte ich mal ganz kurz darüber sprechen, warum mache ich dieses Video überhaupt? Als der Film Einöde der Beiniger vor kurzem vorgestellt wurde, habe ich auf Social Media sehr oft gelesen, Abklatsch von Besthauch der Menschlichkeit oder so Kommentare wie Oh, hat da ein gewisser Herr Dora als Vorlage gedient? Und wenn man sich die Cover so anschaut, sieht man natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit. Meines Wissens ist auch derselbe Künstler für dieses Coverdesign verantwortlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber ich glaube, es war der gleiche Künstler, der diese Cover designt hat. Ja, und dann kommt noch der Name dazu, Einöde der Beiniger und Besthauch der Menschlichkeit, klingt ähnlich, wir haben dieselben Schauspieler, also der Jörg Wischnowski hat auch bei Besthauch der Menschlichkeit mitgespielt, Marco Klammer hat zwar nicht bei Besthauch der Menschlichkeit mitgespielt, aber wir haben auf dem Mediabook ja zwei Filme drauf, einmal Besthauch der Menschlichkeit und einmal das Verlangen der Maria D. Und Marco Klammer hat eben beim Verlangen der Maria D. mitgespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment habe ich auch das Gefühl gehabt, dass wir hier einen Abklatsch von Besthauch der Menschlichkeit vorgesetzt bekommen. Zuerst möchte ich einmal auf die Gemeinsamkeiten der beiden Filme eingehen, beziehungsweise auf das, was sehr ähnlich an diesen beiden Filmen ist. Und zwar, wir haben eh schon gesagt, wir haben eine ähnliche Aufmachung der Cover, wir haben teilweise die gleichen Schauspieler, was noch ziemlich ähnlich ist bei den Filmen. Wir haben eben diese Szenen von toten Tieren und von Tierkadavern, wobei ich sagen muss, dass diese Szenen in Besthauch der Menschlichkeit viel, viel öfter vorkommen und viel präsenter sind als in Ein öde der Beiniger. Und ich sage, bei Ein öde der Beiniger passt das Ganze ja irgendwie zur Story dazu, aber das ist etwas, was die Filme sehr ähnlich haben. Und wir haben noch, ja, die Szene kommt im Ein öde der Beiniger zweimal vor. Diese Szene, wo die Frau auf einen Totenschädel uriniert, allerdings auf einen tierischen Totenschädel, das hat mich zwar nicht an Besthauch der Menschlichkeit erinnert, aber eben auch an den Film, der da drauf ist noch, an das Verlangen der Maria D., da haben wir auch so eine ähnliche Szene. Also das sind eigentlich so die Gemeinsamkeiten, die Aufmachung der Cover und das Design, die Schauspieler und teilweise ein paar Szenen. Allerdings, was unterscheidet jetzt die Filme voneinander? Und da haben wir schon mal als allererstes die Geschichte an sich. Ich finde, ein öde der Beiniger hat eine viel, viel tiefere Geschichte oder viel komplexere Geschichte als Besthauch der Menschlichkeit. Also da unterscheiden sich die Filme schon mal enorm, meiner Meinung nach. Die Geschichte an sich ist ja komplett nicht tiefergehender, sondern auch komplett anders. Also wir haben wirklich zwei komplett andere Storys. Und auch die Art und Weise, wie das Ganze präsentiert wird, wie es gezeigt wird. Wir haben viel mehr Dialoge. Die Schauspieler sprechen viel mehr im Film Ein öde der Beiniger. Im Film Besthauch der Menschlichkeit wird ja nur sehr wenig gesprochen. Im Film Ein öde der Beiniger haben wir schon sehr viele Dialoge. Es wird gesprochen miteinander. Also die Art und Weise, wie das Ganze dargestellt wird. Und auch, wie die Szenen dargestellt werden. Die Lichtsetzungen und so weiter. Das ist alles meiner Meinung nach ganz, ganz anders dargestellt in diesen beiden Filmen. Dann zu den Gore-Szenen. Wir haben in Besthauch der Menschlichkeit die viel härteren Gore-Szenen und meiner Meinung nach auch viel realistischer dargestellt, die Gore-Szenen. Also da unterscheiden sich die Filme auch. Wir haben beim Ein öde der Beiniger auch Gore-Szenen, aber die stehen dann nicht so im Fokus. Da haben wir ja dann noch diese sexuelle Gewalt gegen den Behinderten. Aber so diese Gore-Szenen sind beim Besthauch der Menschlichkeit wesentlich ärger, wie ich finde. Dann haben wir in Besthauch der Menschlichkeit eigentlich einen, also nicht nur einen, wir haben männliche Täter und ein weibliches Opfer. Und im Film Ein öde der Beiniger haben wir auch eine weibliche Täterin. Ja, zusammengefasst kann ich euch beruhigen. Wir haben bei diesem Film definitiv keinen Abklatsch oder billige Kopie von Besthauch der Menschlichkeit. Das ist ein komplett eigenständiger Film. Er wurde, das habe ich im Internet gelesen, übrigens auch schon abgedreht, bevor Besthauch der Menschlichkeit überhaupt erschienen ist. Also wenn ihr Besthauch der Menschlichkeit gesehen habt, könnt ihr diesen Film auch wirklich mit bestem Gewissen anschauen. ist ganz was anderes, ganz was Neues. Und ich habe eher ein Review dazu gemacht. Das verlinke ich am Ende dieses Videos, da könnt ihr euch ein Review dazu anschauen. Ja, also wie gesagt, ganz klar für mich, kein Abklatsch von Besthauch der Menschlichkeit. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.